Musik 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 Es regnet immer noch Echt? Ja Für mich regnet es noch Oder schon wieder Und ich werd hier grad von Zombies angegriffen Noch einer? Sag mal wollt ihr mich veralbern? Musik Musik Es sind Erfahrungspunkte hin oder her aber Man kann's auch übertreiben Musik Da kommt schon der nächste Der sieht wieder aus wie so'n Dorfbewohner Hm Da bedacht ich es gibt gar keine Dorfbewohner mehr hier in der Gegend Musik Wo kommen die nächsten zwei Zombies an gelatscht? Musik 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 Da ist noch ein Zombies Alter was ist denn hier los? Musik Hat euch jemand gesagt dass die ARD hier was drehen will? Uma Musik Musik So, 1, 2, 3, 4, 5 Gece will wieder her Hoorah Yippie Er hat doch langsam Zeit hier Wow, der Zombie hat gerade ein Dings Eisen fallen lassen Das hat er bestimmt irgendwo geklaut, der Zombie Also bei mir schiffts immer noch Du hast wahrscheinlich so... Oh doch, jetzt hat's wieder einen gefunden Ich dachte schon wie in so alten Comics früher Dass du so eine Wolke über dir hattest Ja Genau Eins, zwei, drei, vier, fünf Beinverstärker Eins, zwei, drei Zwei, acht, neun, zehn So Ich möchte jetzt in der auf der Seite des Dorfes sein Jetzt hat's überall aufgehört zu regnen So 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 das Fleisch auf unsere Kellertreppe. Achso, das kann mir das jetzt einfach, wo so ein Viech bei uns rein ist in Gefilde. Was? Ja. Jetzt kann ich nachts nicht mehr schlafen, ich fühl mich nicht mehr sicher. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres als Zombies die dann Hirn fressen wollen, das nachts in der Bude. Ah, ja. So, kann ich jetzt wieder was putzeln? Ne, sind wir gerade alle belegt. Kannst du Schlimmer machen? Zack, wo haben wir Kohle, 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 Kohle. Da haben wir Kohle. Ne, ich brutzle mir das jetzt einfach im Dorf zusammen. Bei der Schmiede stehen ja auch noch zwei Dinger. Öfen. So. So. Dann laden wir das so lange in Robins True ab. So. 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 aufgebaut hast, aber... Ich bin noch lange fertig. So, gucken wie weit die Steinchen sind. Ich brauche nur eine halbe Ewigkeit. Ich brauche nur eine halbe Ewigkeit. Da war die Spitzhacke kaputt. Oh, hier ist noch Stein drin. Auch meine letzte, ich habe keine mehr. So, ich weiß nicht, ob ihr noch weitermachen wollt, aber ich werde jetzt offline gehen. Ja, ich bin doch ziemlich doll müde. Ich mache ja nur einmal schnell die Steinchen rein. Ja. In die Öfen. Hm, was haben wir uns noch... Brauchst du mein Genomisch? Gut, wollte ich nicht. Ich brauche es eben jetzt. So, da geht das ja. Das hin? So, ich gehe ins Dorf. Du gehst ins Dorf? Ja, schlock mich an der Schmiede aus. Okay. Ich steige auf die Brücke. Da hinten habe ich einen Jurion rumflitzen sehen. Beziehungsweise runterfallen sehen. Ja, ich muss mir das kurz angucken. Gefällt mir nicht so. So, und da es jetzt schon wieder dunkel ist, wird, gehe ich in die Schmiede. So. Gut, dann... Steffi ist ja schon rausgegangen, sage ich mal. Tschüss für heute. Ich kann es einfach nicht abwarten. Echt? Jetzt will sie gleich rauf auf den Server, dann will sie gleich wieder runter. Ja? Es wird schnell gehen bei ihr. Ja gut, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.